Oha! Scheiße! Der Schlag des Todes! Was ist denn der Skin, Alter? Ja, ich weiß! Hört auf! Ihr seid doch... Lass dich in Ruhe, ihr Arschlöcher! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mit dabei sind heute das fast komplette Meinsucht-Team. Sorry an die Leute, die jetzt nicht dabei sind. Und Ende HD, wo bist du? Ah! 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 Hi! Boah, du fliegst ja einfach rum, Alter. Krasser Hacker auf jeden Fall. Komm her, Alter! Wir spielen heute einfach eine kleine Team-Runde, beziehungsweise Ende ist halt so ein bisschen das Außenkind. So, weiß ich nicht. Ich gehöre in irgendeiner Art auch zum Team. Ich kann das Team anspucken. Ihr kennt doch alle drei Leute, die in der Klasse einfach außerhalb sitzen und alles stinken und sowas ist halt Ende. Aber naja, wir sehen uns irgendwie... Boah, ich wusste jetzt erstmal, bei uns sind alle Traitor-Ferste eingelöst. Oh! Oh nein, das ist jemand reingekommen! Nein! Okay, dann sind wir mal in der... Oh, oh, der recht gute Waffe hier unten. Das ist ja mal random kill. Ah, ihr habt alle drei Kissen weggeschnurrt, ey. Ende HD screen, das kommt direkt an. Oh, ich mag niemand. Ja, genau, Moderator und Alter. Die ganze Tab voller Moderator und natürlich auf den YouTuber hier. Ey, Leute, das ist mein Ei-Schwert. Kommt, ich wollte gerade fragen und du, äh, so pflückst du auch. Prinzipiell gehört mir das Projekt, also... Hallo, das ist mein, mein Schwert, das wisst ihr aber. Oh, oh. Dreisgemein! 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 Ender ist Detective, ich folg Ender. Ey, komm her, ey! Ich hab hier den... Ich hab hier den Stab, der weiß... Der weiß halt. Dreisgemein ist hinter mir, ich hab Angst, Leute. Ey, wer verstehst du denn hier? Ähm... Luxi? Geh mal bitte test! Oh mein Gott, ich muss testen. Ey, Luxis, ey! Der Sack, oder? Nein, wo ist der jetzt hin? Oh mein Gott, Ever-Traitor! Oh mein Gott! Ey, Luxis! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich muss hier rein! Max, Max getauscht? Ich hab dich geschlagen! Dann wurde ich getauscht und dann hast du ihn getötet. Hä? Oh mein Gott, das war grad voll komisch. Okay, okay, Dreisgemein, wir sind... Warum bist du einfach nochmal in den Test? Hä? Ach ne, du warst gar nicht in den Test. Ich war nicht in den Test. Das war der Traitor. Achso. Okay. Okay, verworfen. Dreis... Hä? Dann... Ach, Dreis der Leoxi. Okay, okay, yes. Nein, du... Oh mein Gott, ich hab überlebt, du kleiner Idiot. Was? Pass auf... Oh mein Gott. Ist halt nochmal so, ja? Ist auch kein Problem. Oh! Scheiße! Der Schlag des Todes! Oh! Ich hab dich gar nicht gesehen! Easy, Titi! Oh mein Gott! Ich hab dich gar nicht gesehen! Also ich... ich glaube, dass diesmal, ähm... Sam einen Pass eingelöst hat. Weißt du, Leoxi, kannst du gleich wieder gehen? Ich hab keinen Pass eingelöst. Fuck you! Ich hab nichts eingelöst! Ey, Jungs, ihr wisst aber, dass das meine Ender-Dings ist. Was? Also, eigentlich würde ich sagen, dass das meins ist. Das ist definitiv mein Schiff. Achso, Ender-Schiff. Ich hab... Warte, ich rack kurz. Ganz ruhig, ganz ruhig. Warte, 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 warte. Was? Ich hab einen. Die haben dich einfach gekillt, Alter! Okay, warte. Okay, wer lebt noch? Ja, ich hab einen! Okay, dreister Leoxi ist, Leute, das wissen wir auf jeden Fall. Ey, wenn ihr mich schlägt... Ich schwöre, der Nächste, der mich schlägt... Oh mein Gott, von da oben! Der ist oben auf dem Dach. Okay, alle aufs Dach. Stürmt ihn einfach. Nein! Tötet ihn, tötet ihn, ja. Der Armee kannst du nicht standhalten, Leoxi. Du wirst sterben, früher oder später. Äh! Nein! Häck! Wo ist er, wo ist er? Wenn du mich noch nicht kostenlos abonniert hast, kannst du das jetzt unten tun und die Glocke aktivieren und unter Optionen die Benachrichtigung auf alle stellen, damit du auch für jedes Video eine Benachrichtigung bekommst. Der läuft grad hier nach hinten. Wo nach hinten? Hilfe! Beschreib, wohin? Äh, äh... Nirgendwo hin. Oh, Mann, Alter! Aber das war nicht mein Schuss, oder? Hallo, du bist vor der Random Killer, ey. Ist so. Hat der einer alle reingeschrieben. Nein! Ich habe, ich habe gerade verdreißen 9,3 Viertel. Ich bin doch kein Random Killer. Nein, ohne Witz, der eine Typ da, der hat einfach, der hat einfach um sich geschlagen, die ganze Zeit. Wieder Leoxi, Alter. Du bist doch immer der letzte Überlebende, Alter. Max. Er hat doch gesagt, dass er ist... Also nächste Runde ohne Pässe, Leute, okay? Oha! Und macht alle Freundschaftsfragen ausmachen, dass die nicht zu uns springen können. Sind wir eigentlich genügend für eine große Runde? Ich wurde geteleportiert. Nee, nee. Der ist ganz hinten. Hinten, hinten, hinten. Der ist unten in den Tunnel reingegangen. Da unten läuft er. Einer muss von der anderen Seite. Hä? Wie konntest du... Hä? Wer redet da gerade? Ich bin Sam. So, okay. Okay, okay. Max! Lühle. Lass uns spielen. Guck du, ob der da ist. Ich gehe weiter geradeaus. Och komm, jetzt versteck dich nicht, du Lowy. Ey, der läuft doch wahrscheinlich wieder einmal komplett rum. Oh mein Gott, hier oben ist er. Bei mir. Bei Verworfen und mir. Wir werden ihn killen. Oh mein Gott, der vernichtende Schuss des Todes in deine Face. Ey, das gibt es nicht. Oh Ender, hä? Von dir hat man gar nichts mitbekommen. Was war denn die Runde los? Oh Mann, dieser komische Schlagermente hat mich einfach gekämmt. Ich muss mich gar nicht eigentlich angucken, Flux. Dein Skin ist einfach hässlich. Dann kann ich weitergehen. Dann kann ich weitergehen. Geht alle weg. Ich finde mich voll attraktiv, Leute. Mal. Übrigens war mir nicht gewundert, warum ich den Skin immer noch drin habe. Die Videos sind im Moment gerade vorproduziert. Alter, hast du meinen? Okay, Leute, ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal test. Dreister Lulioxy ist auf jeden Fall bei mir. Ich glaube, der geht mit mir. Hey, du bist mal nicht Traitor. Guck mal. Einmal nimmst du keine Pässe hier. Ja, ich bin mal nicht Traitor. Okay. Okay. Jetzt geht in den Chester. Hä? Hä moin. Okay, wer fehlt? Oh, da hinten sind Leute. Oh, schlag mich doch nicht. Verworfen und Ender. Die sind safe, Traitor. Ender ist safe. Ich gehe euch jetzt test, Junge. Junge, aufzuschießen. Komm, 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 Ender. Ender, ab ins Test hier. Oh, du kleine Schmerz. Na! Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Und verworfen. Ja, easy. Wack, Mann! So klar. Das war so klar. War natürlich mal wieder zu einfach, Leute. Och, Alter. Voll wie Splegos. Da geräumt. Ach, F-Army. Ich hab immer F-A-Army. Also es ist auch absolut gar nicht auffällig, wenn zum Beispiel Verworfen vor mir rumläuft und auf mich einschlägt, bevor überhaupt bekannt ist, wer überhaupt was ist. Ist so, Alter. Also, so viel zum Thema keine Pässe holen. Das war aus Versehen. Ach so. Oh. Das wird schon ein Reflex von dir, oder so? Ich wollte gucken, ob jemand Traitor für seinen gelöst hat. Wieso schreibt mir jetzt jemand einen Namen rein, der nicht in der Runde ist? Also... Hallo, ei, ei, ei. Ey, Verworfen ist das schlechteste Argument, was ich hier gehört habe. Oh. Warte, ich bin am 8. Ach, Mann! Ich wollte... X-X-Skiller, X-Skiller, X-Skiller! Ach, nee, der war eh nur... Warum geht's denn jetzt? Ich bin ich. Ey, darf der jetzt nicht geballt werden? Warte, 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 warte. Ey, hör auf, die Leute... Schreib mal den Namen rein, dann panisch ich den. Das war dieser X-X-Skiller. Ey, verworfen, du bist doch safe wie der Traitor. Ach, hahaha. War es dieser X-X-Skiller? Das war der hier. Fluex, Fluex ist safe. Fluex. Ja, hier, der hier. Ey, warum sollte ich sein? Weil, warte, X-X-Skiller, ich bin hier, ich war grad in der Höhle. X-X-Skiller soll ich bannen? Anscheinend schon. Ey, das ist wieder tot. Das war ein Draftischer Fehler. Das war ein Draftischer Fehler. Das war ein Draftischer Fehler. Leute, ist sich... Weiß gemein, weiß gemein. Okay, ich punish jetzt diesen Typ da, ja? Ja, diese Mann. Weiß nicht, ich hab ihn ja nicht getötet. Fluex. Wieso greif... AHHHHH! Ich hab eigentlich alles aufgeräumt. Ah, geil. Bester Move, leider. Hey, wer lebt denn noch? E-Beams 1 Toast. Ah, okay. E-Beams. Tschüss. E-Beams. Oh, danke für den Boost. Warte. Oh Gott. Ich treff ihn nicht. Oh, jetzt hab ich dich getroffen. Hä, wo ist der denn? Alter. Warte, dreiß gemein, ich mach Tauscher. Komm her. Schlag ihn. Wir, wir werden jetzt getroffen. Boah, ich hoffe, ihr werdet gegenseitig getroffen. AHHHHH! Das war so klar, Alter. Oh, GG. Scheiße. Ah, Leute. Endlich mal ne knackige Runde. Und Leute, ich hoffe euch haben die kleinen Ausschnitte, also ich weiß nicht wie ich das schneide, aber es sind jetzt schon 20 Minuten oder so. Also, ähm, ja. Ich hoffe euch haben die paar Runden jetzt gefallen. Und lasst einen Daumen oben da. Schaut auf jeden Fall auf dem Meinsucht-Server dabei. Vielen Dank an das ganze Meinsucht-Team. Einmal für den Server und natürlich jetzt an alle, die dabei waren. Schaut auch unbedingt bei Ender HD da vorbei. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall mal deabonnieren, wenn ihr ihn abonniert habt. Abonniert mich. Und ja, lasst einen Daumen oben da und tschau tschau. Ich bin der. Johannes. Boah, ihr seid schon alle Kumpel. Ich bin ja auf Twitter.